Hallo zusammen! Heute gibt es eine kleine Review und zwar über diese Puder Foundation von Maybelline und zwar heißt die Superstay 24 Hybrid Powder Foundation. Wenn euch also interessiert was das Ergebnis ist, dann bleibt doch einfach dran. Diese Puder Foundation habe ich mir bei Rossmann gekauft und im Ausstellerstand neu und da habe ich mir gedacht, musst du einfach mal ausprobieren, mitnehmen und das Versprechen ist, es ist wasserfest, es ist wischfest, schweißresistent und bis zu 24 Stunden Halt. Es ist auf jeden Fall dermatologisch getestet, nicht komedogen, für alle Hauttypen geeignet und für sensible Haut geeignet. Für alle Hauttypen geeignet, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich finde, dass es keine Foundation gibt, die für alle Hauttypen geeignet ist. Ich habe eher vermehrt trockene Haut, an manchen Stellen eben gemischt, an manchen Stellen trocken und deswegen bin ich sehr gespannt gewesen, ob diese Puder Foundation überhaupt bei mir funktioniert. Es war sehr, sehr schwierig die passende Farbe herauszufinden, weil einige Tester nicht mehr da waren, die waren verschwunden und es gibt insgesamt acht verschiedene Farben. Ich habe hier die Farbe 20. Ich lese euch jetzt einmal ganz kurz vor, was denn auf der Website steht von Maybelline und was das Versprechen überhaupt ist. Das hybride Superstay Puder Make-up vereint Make-up und Puder für ein mattes Finish mit Airbrush-Effekt, das bis zu 24 Stunden hält. Die luftig leichten Puder Make-up Pigmente sorgen für eine hohe Deckkraft. Es ist auf jeden Fall vegan, wisch, wasserfest, schweißresistent und färbt nicht ab und ölfrei. Wie soll man es anwenden? Trage das Puder mit integrierten Schwämmchen auf dem Gesicht auf. Falls die Haut schnell fettet, können zusätzlich die Augenlider und Lippen leicht abgepudert werden. So halten Lidschatten und Lippenstift noch länger. Ich habe euch das Ganze einmal abgefilmt. Die Puder Foundation kommt in so einer Puderdose. Da ist ein integrierter Spiegel mit drin und ein Schwämmchen. Eigentlich sehr praktisch für unterwegs, wenn man sich mal die Nase abpudern möchte. Und das Puder selbst ist sehr, sehr stark gepresst. Also da kommt jetzt so, wenn man mit dem Finger reingeht, nicht so viel Produkt raus. Und es fühlt sich nicht trocken an. Also es ist eine Puder-to-cream-Foundation, würde ich eher sagen. Und jetzt trage ich das Puder mit dem Schwämmchen auf. Und man kann sofort erkennen, dass die Deckkraft wirklich sehr, sehr gut ist. Das Puder lässt sich mit dem Schwämmchen super einfach verteilen. Man sollte allerdings dann auch mit pressenden Bewegungen und leicht wischenden Bewegungen drüber gehen. Und ich finde, man sieht auf jeden Fall schon mal den Unterschied. Ich habe erst mal die eine Hälfte abgepudert. Dann habe ich es versucht, mit dem Pinsel das Puder einzuarbeiten. Aber das funktioniert überhaupt gar nicht, weil das Puder einfach nicht für den Pinsel gemacht wurde. Und hier sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Gesichtshälften. Alles sehr gut abgedeckt. Und hier habe ich zum Beispiel eine rote Stelle, beziehungsweise einen vergrößerten Pickel oder einen größeren Pickel. Und auch das hat das Puder sehr gut abgedeckt. Das ist das Ergebnis. Und ich finde, die Farbe ist okay für meinen Hautton. Wenn ich mich jetzt so im Spiegel anschaue, passt es eigentlich perfekt. Man muss dazu sagen, die Kamera gibt nicht immer exakt eins zu eins die Realität wieder. Die Kamera schluckt sehr, sehr viele Farbpigmente. Und von daher verlasse ich mich auf den Spiegel und nicht das, was in der Kamera oder im Bildschirm gezeigt wird. Glaubt mir, die Farbe passt. Es hat ganz gut abgedeckt, finde ich. Und ansonsten ist es ziemlich gleichmäßig. Ich werde mich jetzt mal zu Ende schminken und dann gibt es ein Fazit. Kommen wir zu meinem Fazit. Das ist das Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bin doch tatsächlich positiv überrascht. Wenn ich mich jetzt so in den Spiegel anschaue, ja, es hat ganz gut funktioniert. Ich war, während ich dieses Puder aufgetragen habe, doch immer noch sehr, sehr skeptisch. Denn ich habe das Gefühl gehabt, es ist viel zu trocken. Doch jetzt mit der Zeit verschmilzt das Puder tatsächlich mit der Haut. Und es sieht nicht mehr so trocken aus. So cakey. Ich habe das Gefühl, dass sich an den Stellen das Puder angepasst hat. Je nachdem, wie die Haut beschaffen ist, hat sich das Puder dieser Beschaffenheit angepasst. Der Auftrag war sehr schnell. Man musste einfach nur mit diesem Schwämmchen hingehen und das Ganze auftupfen und ein bisschen verwischen. Ein bisschen verwischen. Mit dem Pinsel funktioniert es nicht. Es wäre nicht schlecht, wenn man von diesem Make-up-Schwämmchen Ersatz hätte. Weil ich finde, man kann nur damit arbeiten. Wie gesagt, mit Pinsel funktioniert das nicht. Oder es ist die gleiche Beschaffenheit vom Gefühl her wie ein Make-up-Eye. So, ich nehme jetzt irgendein Make-up-Eye und wenn ich das so nebeneinander erfühle, ist die Beschaffenheit gleich. Und ich kann da ja noch mal hingehen, weil ich habe ja nichts drauf. Ich habe jetzt kein Blasch drauf, kein Kontur, gar nichts, sondern nur das Puder. Und dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ja, ich glaube, es kommt, es hängt davon ab, was, wie gut dieses Make-up-Eye ist. Das ist jetzt von Action. Also es ist kein qualitativ hochwertiges Make-up-Eye. Das von Techniques. Sweet Techniques würde ich auf jeden Fall empfehlen, das damit zu versuchen. Habe ich auch hier, aber ist gerade zu nass. Also sollte man schon im trockenen Zustand anwenden. Oder es gibt auch Make-up Schwämme, Ersatz Make-up Schwämme in den Drogerien zu kaufen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Stündchen warten und dann melde ich mich zurück, einfach um die Haltbarkeit ein bisschen zu testen. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein paar Stündchen drauf gelassen, um zu gucken, wie diese Puder Foundation sich auch weiterentwickelt. Es sieht immer noch gut aus. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es draußen regnet oder ja, wenn es draußen regnet, dann wird es ja auch halten. Und zur Not kann man ja dann auch hingehen, was das ganze praktische macht, ist hier diese Dose, kann man dann auch hingehen und zwischendurch einfach mal nachpudern. Da ist ein Spiegel bei, wenn man jetzt unterwegs ist, da ist ein Spiegel dabei, ein Schwämmchen ist dabei und dann einfach nachpudern. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich finde, diese Foundation ist nicht für alle Hauttypen geeignet, sondern tatsächlich nur für Mischhaut, ölige Haut, fettige Haut, aber auf gar keinen Fall für trockene Haut. Es geht. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber, ne ganz ehrlich, ich finde es okay. Also so würde ich rausgehen und ich würde mich gut fühlen. Aber wenn man jetzt eine Wahl hätte oder Entscheidungsmöglichkeit für eine andere Foundation, die speziell für Hauttypen im eher trockeneren Bereich gedacht sind, dann würde ich mich natürlich für diese Foundation entscheiden. Für trockene Hautchen würde ich das eher nicht empfehlen, aber für alle anderen Hauttypen. Mit gutem Gewissen. Das Make-up hat eigentlich fast alle Versprechen gehalten. Es ist auf jeden Fall wischfest. Ich habe kein Primer gebraucht. Ich habe einfach nur meine Pflege aufgetragen, gut einziehen lassen, bin mit dem Puder dann drüber gegangen und das war's. Und ich finde, es hat super gut alle roten Hautstellen ausgeglichen. Es hat super gut das Erscheinungsbild ebenmäßig gemacht. Und ich finde, es hat auch sehr gut gehalten. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das den ganzen Tag halten würde. Trotzdem zur Sicherheit, wenn man unterwegs ist, einfach mal das Puderdürchen mitnehmen und dann zwischendurch abpudern, wenn man merkt, ja, wenn man ziemlich stark ölige Haut hat. Und man merkt, dass es dann abgeht, dass man dann eben nachpudern kann an den entsprechenden Stellen. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen, wird euch ein bisschen weiterhelfen bei der Kaufentscheidung und würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.